Putin ersetzt den russischen Verteidigungsminister, höchstwahrscheinlich durch jemanden, der deutlich kompetenter als sein Vorgänger Scheugu ist. Wir werden darüber sprechen in diesem Lagebericht, wie auch über die Entwicklung entlang der Front, denn dort läuft natürlich die russische Offensive in Kharkiv weiter. Wir werden über Probleme sprechen, die dort bekannt sind, über die Entwicklung am Boden, wie auch natürlich über die Entwicklung an anderen Teilen der Front im Ukraine-Krieg. Herzlich willkommen zum Lagebericht. Wir fangen an mit den Entwicklungen außerhalb. Da ist gestern ein Haus in Belgorod explodiert. Es fand eine Explosion wahrscheinlich in einem Wohnhaus statt. Also es sieht nach einem Wohnhaus aus. Über die exakte Nutzung wissen wir aktuell nichts. Die Explosion findet dabei auch sichtbar im Erdgeschoss statt, möglicherweise im Keller. Das Haus ist eingestürzt und die Russen sagen, es gab 15 Tote wie auch 17 Verletzte. Beide Seiten werfen einander vor, der Verursacher gewesen zu sein. Die Russen haben wohl teilweise eine Zeit lang erklärt, es sei eine Totschka-U der Ukrainer gewesen. Allerdings ist die Sprengung am Fundament im Erdgeschoss wenig sinnvoll für eine Totschka-U. Die Ukrainer wiederum werfen den Russen vor, dass es wahrscheinlich eine Gleitbombe gewesen sei, die auf der anderen Seite des Videos eingeschlagen sei. Ich kann anhand der vorliegenden Videos wenig Abschließendes sagen, außer dass es höchstwahrscheinlich keinen Sinn ergibt, dass es eine Totschka-U war. Das heißt, für mich ist zwar wahrscheinlicher, dass es eine fehlgeleitete Bombe der Russen waren, aber ich habe keinen ausreichenden Beweis dafür. Manche treiben auch noch die These herum, dass es eine Gasexplosion gewesen sein könnte. Von daher zum jetzigen Zeitpunkt kann ich nicht viel dazu sagen, außer dass es so offizielle Meldungen 15 Tote, 17 Verletzte gab, die wohl alle Zivilisten gewesen seien. Wer tatsächlich dafür verantwortlich ist, kann ich nicht abschließend sicher zum jetzigen Zeitpunkt sagen. Die Ukraine hat weiterhin Raffinerien angegriffen in Volgograd, wie auch in Kaluga und Lepetzk. Drei weitere Raffinerien teilweise erneut angegriffen in den neuen Wellen der ukrainischen Luftoffensive gegen die russische strategische Infrastruktur. Im Norden von Kharkiv oder eher genauer genommen im Nordosten von Kharkiv geht die russische Offensive weiter. Ich werde jetzt nicht jeden einzelnen Ort nennen, denn die Karte ist halbwegs aktuell. Das heißt, das ist das Minimum des russischen Vormarsches, was wir hier sehen. Ich gehe ausschließlich auf Punkte ein, die noch nicht auf der Karte sichtbar sind, denn die Russen sind inzwischen weiter vorgerückt. So sind sie hier in Hilboke, sind sie geolokalisiert worden im Zentrum der Ortschaft. Sie sehen, die ist so knapp zweigeteilt und die Russen haben hier ihre Fahne bereits gehisst auf einem Video. Das heißt, wir wissen, die Russen sind jetzt mindestens bis hierhin vorgerückt. Das ließe uns anhand der Position wahrscheinlich erwarten, dass zumindest dieser nördliche Teil komplett in russischen Händen ist. Das heißt, theoretisch ist die gesamte Ortschaft bereits gefallen, aber das lässt sich zumindest noch nicht festlegen. Darüber hinaus haben wir östlich davon eine weitere Geolokalisierung hier in den Baumgebieten und das ist hier. Das heißt, wir haben nun wahrscheinlich eine Frontlinie irgendwo so in dieser Richtung hier dürfte die aktuell gehen. Das heißt, dieser gesamte Teil hier nördlich davon ist inzwischen in russischen Händen. Östlich davon drücken die Russen weiter auf Wurzschansk. Wurzschansk, das ist das größte Ziel hier, eine Kleinstadt mit fast 20.000 Einwohnern vor dem Krieg, die von den Russen bedrängt wird. Auf der Karte sehen wir sie hier noch ein ganzes Stück weiter nördlich. Das stimmt aber inzwischen auch schon nicht mehr. Wir haben hier eine Geolokalisierung, wo man Russen dabei sieht, wie sie wohl Matratzen plündern aus der Ortschaft Burwadka. Hier haben wir das hier. Es ist im Nordosten geolokalisiert worden. Das heißt, damit wissen wir noch nicht sicher, dass ganz Burwadka in russischen Händen ist. Es liegt allerdings nahe, dass zumindest dieser Teil der Ortschaft hier komplett in russischen Händen ist. Denn es ist eher selten, dass man 50 Meter vom Feind entfernt beginnt, Matratzen aus den Gebäuden zu entfernen. Das heißt, wir wissen, die Russen sind jetzt mindestens bis hierhin vorgerückt. Bis hierhin und es gibt inzwischen erste Bilder auf Wurzschansk, dass dort am Stadtrand gekämpft wird. Die Russen sind bereits eingedrungen. Im Nordwesten ist eine Fleischfabrik und dort wurde geolokalisiert ein russischer Schützenpanzer, der dort schießt. Das heißt, die Russen sind nach Wurzschansk eingedrungen. Die Frontlinie verläuft jetzt wahrscheinlich irgendwo hier so auf dieser Linie. Das ist die aktuelle Entwicklung. Die Gesamtbewertung werden wir zum späteren Zeitpunkt in der Zusammenfassung eingehen. Wir machen kurz mit der Front weiter. Wir haben natürlich Kämpfe weiter bei Kobiansk und zum Beispiel finden auch starke Angriffe westlich von Krimina statt. Hier gibt es ein frisches Video einer größeren russischen Kolonne. Mechanisierte Einheiten, die von der ukrainischen Artillerie zerschlagen werden und dort schwere Verluste erleiden. Aber während wir hier also intensive Kämpfe sehen, kann ich keine Veränderungen entlang der Front dokumentieren. Südlich des Siverski Donetsk hier haben wir weiter Angriffe in Richtung Siversk, aber auch hier keine Veränderung, die sich dokumentieren lässt. Bei Chasiv ja allerdings haben die Ukrainer inzwischen dieses Waldgebiet südlich der Straße definitiv verloren. Wann sie es verloren haben, können wir nicht sicher sein. Ich habe Ihnen im letzten Lagebericht gezeigt, dass die Russen bis hierhin vorgerückt waren. Inzwischen ist klar, dass sie das hier ebenfalls kontrollieren. Ob es nun noch ukrainische Präsenz in Iwanivsky gibt, ist alles andere als klar. Aber zumindest theoretisch ist es noch möglich. Wir haben noch keine weiteren Bildbelege aus diesem Gebiet hier gesehen. Die Russen drücken darüber hinaus in diese Richtung weiter in Richtung Chasiv ja, denn wie Sie hier auf der Karte sehen können, gibt es hier ein kleines Stück, wo der Kanal unterirdisch verläuft und damit natürlich keine Barriere bildet. Aber bislang schaffen die Ukrainer es noch, sie festzuhalten. Hier nördlich sind die Russen bereits in Chasiv ja eingedrungen, auch aus dem letzten Lagebericht in der ganzen Region. Hier versuchen die Russen vor allem nördlich Inrich von Bodanivka kommt und südlich von Iwanivsky zu kommen, Chasiv ja etwas zu flankieren und haben nun südlich davon etwas Erfolg in den letzten Tagen gehabt. Das war es aber schon mit den Veränderungen. Hier kommen wir zu Avdivka. Dort haben wir weitere Veränderungen. Die Russen sind östlich von Novoprokowski vorgerückt. Das ist das hier. Sind hier in etwa dieses Stück vorgerückt zur nächsten Baumreihe. So 700, 800 Meter sowas um den Dreh. Ich kann hier nördlich keine Veränderungen feststellen. Die Russen scheinen hier für den Moment gestoppt zu sein. Zumindest das, was wir an Bildbelegen sehen. Südlich davon, südlich von Novoprokowski, sehen wir westlich von Seminivka einen russischen Vorstoß um etwa 800 Meter. Hier wurden die Russen bei Berditschi und bei Seminivka gestoppt. Und da ist klar, dass wir anhand der Geografie sehen können, dass es hier nur vereinzelte Baumreihen gibt, aber wenig leicht zu verteidigendes Gebiet. Das heißt, wir können von der ukrainischen Seite wahrscheinlich hier eine Verzögerung erwarten, aber ein langsames Zurückgehen an der Stelle. Es sollte also uns nicht verwundern, wenn die Ukraine hier in den nächsten Tagen weitere Baumreihen verlieren werden. Das ist zu erwarten zum jetzigen Zeitpunkt. Von daher wenig überraschend. Südlich davon, bei Netailove, haben die Russen erneut etwas in der Ortschaft am Boden hinzugewonnen. So in etwa dieses Gebiet hier ist nun in russischen Händen rund 300 Meter Vorstoß ist den Russen hier gelungen. Südlich davon, bei Krasnohorivka, habe ich im letzten Lagebericht noch gesagt, dass wir noch keine Bildbelege hatten, was mit der Ziegelfabrik hier im Zentrum der Kleinstadt los ist. Dort hatten wir bislang nur eine Geolokalisierung der Russen an diesem Punkt, sodass davon ausgegangen wurde, dass wohl dieser Teil unter russischer Kontrolle ist. Aber hier theoretisch hätte noch ukrainische Präsenz sein können. Die Russen hatten zum letzten Lagebericht bereits erklärt, sie hätten die Fabrik vollständig unter ihrer Kontrolle. Da war es aber noch nicht klar. Gestern hat noch ein russisch, ein ukrainisches Militärmedium veröffentlicht, dass die Russen zwar in der Fabrik seien, sie seien aber abgeschnitten. Man habe die Verbindungslinien durchtrennt, ihnen gehen die Munition aus und solche Geschichten. Und die Realität ist aber ziemlich anders. Die Russen sind von der Fabrik aus inzwischen 300 Meter weiter nach Norden vorgerückt, haben nun Krasnohorivka in der Mitte zerteilt. Wir haben Präsenzen hier in dem südlichen Gebiet, hier entlang der Baumrhein. Nein, realistischerweise ist die Kontrolle wahrscheinlich schon in etwa so. Und nun, während wir hier wahrscheinlich noch ukrainische Präsenz im äußersten Südwesten von Krasnohorivka haben, haben die Russen nun die gesamte Ortschaft in der Mitte durchtrennt. Damit haben sie auch hier östlich einiges noch an Frontbegradigungen durchgeführt. Hier ist davon auszugehen, dass sich die Ukrainer schlicht zurückgezogen haben, um ein Abschneiden zu verhindern. Aber damit ist dieses Gebiet natürlich ebenfalls in den letzten zwei Tagen in russische Hände gefallen. Das können wir zum jetzigen Zeitpunkt dokumentieren. Südlich davon, nahe Wuleda in der Region hier unten, ist bei Volodymyrivka, sind die Russen ein Stück weit vorgerückt. Hier ist eine Mine und dort haben sie mehrere ukrainische Stellungen genommen und konnten ein Stück weit nach Nordwesten vorrücken. Der südöstlichste Vorstoß der Ukrainer sozusagen, die südöstlichste Position, ist damit gefallen. Von der Oblastgrenze der Region südlich von Vilika-Novosilka habe ich keine neuen Veränderungen. Allerdings haben wir einige südlich von Orichiv. Dort ist es so, dass die Ukrainer hier einerseits bei Verbove in etwa dieses Gebiet verloren haben. Und die Russen sind hier entlang der Straße westlich vorgerückt in Richtung Malatok-Matschka. Da haben wir eine Geolokalisierung. Und wenn Sie schauen, hier wurden die Russen geolokalisiert, haben wir hier diesen Bogen in den Bäumen. Und das ist eine und die zweite Baumreihe. Und dann haben wir hier den Bogen, eine und die zweite Baumreihe. Das heißt, die Russen sind jetzt hier ungefähr 500 Meter sind sie an der Stelle vorgerückt. Wenn ich für Videos wie dieses recherchiere oder meine langen Livestreams mache, dann muss ich natürlich gelegentlich mich mal erfrischen und vor allem die Kehle etwas ölen. Das mache ich inzwischen seit so neun Monaten mit Holy. Holy Energy, ein Startup aus Berlin. Die machen Hydration, also Erfrischungsgetränke, Eistee und Energydrinks. Hier habe ich jetzt ein Hydration drin und zwar die Cranberry. Hier in der Packung einfach ein bisschen Pulver rein, schütteln und schon kann man es trinken und genießen. Und dabei ist es nicht nur unfassbar lecker, sondern man muss auch kein schlechtes Gewissen haben. Denn jede dieser Portionen hat weniger als 20 Kalorien. Es ist kein Aspartam drin, kein Taurin und kein Zucker. Das Ganze ist nicht nur von den Zutaten her, nur natürliche Zutaten, nur natürliche Aromen. Sondern es kommt auch bei denen, die es trinken, richtig gut an. Auf Trustpilot haben sie 4,6 von 5 Punkten. Also ein hervorragendes Ergebnis bei fast 11.000 Bewertungen. Die Packung kommt hier voll recycelbar. Das heißt, das sind 50 Portionen, wenn man es benutzt, wie sie es angeben. Kein Schleppen von Flaschen, nichts. Und jetzt ist die Zusammenarbeit mit Holy schon so gut, dass wir tatsächlich eine limitierte Mischflasche rausgebracht haben mit meinem Logo Militär und Geschichte. Davon gibt es nur noch knapp 400. Wenn die ausverkauft ist, sind sie weg. Das heißt, wenn sie zugreifen wollen, wenn sie noch überlegen, jetzt ist der richtige Zeitpunkt. Denn vermutlich werden sie im Juni dann irgendwann ausverkauft sein. Die wird es nicht mehr allzu lange geben. Ich würde Ihnen das Starter Set Hydration empfehlen, wenn Sie es ausprobieren wollen. Energy Drink und Eistee gibt es gute Sorten, die mir richtig gut schmecken. Und vielleicht ist es ja auch was für Sie. Aber bei Hydration muss ich sagen, da ist für mich persönlich nur die Unterscheidung zwischen sehr gut und herausragend. Ich habe noch kein Hydration gefunden, was ich nicht richtig lecker fand. Und bei Eistee und Energy Drink sind die Geschmäcker schon deutlich unterschiedlicher. Da ist nicht jede Sorte, die mich völlig anspricht. Daher würde ich Ihnen einfach mal das Hydration Set nahelegen. Das kostet nur 24,99 Euro statt 29,99 Euro und kommt mit der Flasche. Wenn Sie allerdings den Code Heinrich5 benutzen, sparen Sie weitere 5 Euro als Erstkunde. Wenn Sie Bestandskunde sind, können Sie einfach den Code Heinrich benutzen. Dann sparen Sie 10 Prozent auf die Bestellung. Also für mich denke ich mal, kann ich sagen, dass das ein richtig, richtig empfehlenswertes Getränk ist. Ich trinke seitdem kein Cola Light mehr. Ich trinke es die ganze Zeit. Ich habe sogar einen Kühlschrank jetzt neben mir, damit ich an kaltes Wasser komme. Und was ich gesehen habe, haben die Zuschauer, die es probiert haben, in überwältigender Zahl, waren ebenfalls davon begeistert. Das heißt, wenn Sie es ausprobieren wollen, Heinrich5 benutzen für 5 Euro oder Heinrich als Bestandskunde für 10 Prozent. Damit sparen Sie nochmal extra. Sie bekommen etwas, was ich Ihnen von Herzen empfehlen kann, weil es richtig lecker ist. Holi findet weitere Kunden und ich profitiere natürlich auch davon, denn Holi unterstützt den Kanal und sorgt so dafür, dass ich weniger abhängig bin von YouTube und den YouTube-Werberichtlinien und so weiter, wo gerne mal eine Demonetarisierung gerade bei meinen Themen durchkommt. Das heißt, am Ende, denke ich mal, profitiert jeder davon. Und das wäre natürlich eine schöne Sache, denn ich glaube, das ist ein richtig gutes Zeug, was ich wirklich empfehlen kann. Aber gehen wir zurück zum Video. Doch machen wir weiter an der Front. Wir haben westlich davon noch eine Meldung vom Dnipro. Und dort ist wieder, geht das seltsame, die seltsame Entwicklung, wenn wir so wollen, gehen weiter. Denn wir haben hier eine frische Geolokalisierung und dort sind die Russen hier. Jetzt sehen wir hier dieses Waldstück. Und wenn wir uns anschauen, ist es hier. Das heißt, die Russen waren jetzt ungefähr hier. Das geht wieder, da kommt wieder zu dem, was ich beim letzten Lagebericht gesagt habe, dass bei Krinki es mir so scheint, als ob das mehr ein Gebiet ist, das wirklich umkämpft ist, wo Patrouillen unterwegs sind. Denn wir haben teilweise gesehen gehabt, dass die Russen an der Konker waren, also im Prinzip das ukrainisch gehaltene Gebiet, durchtrennt haben. Gleichzeitig sind die Ukrainer um mehrere Kilometer nach Westen vorgestoßen. Und von russischer Seite hört man gleichzeitig, es seien nur 80 Mann dort. Das waren zumindest die letzten Aussagen von russischen Millbloggern. Wenn wir uns die Größe des angeblich gehaltenen Gebietes anschauen, sind 80 Mann natürlich nicht im Ansatz ausreichend. Gleichzeitig ist es so, dass der gesamte Brückenkopf nur dann Sinn ergibt für die Ukrainer, wenn sie den Russen schwerste Verluste anrichten, verglichen mit den eigenen Verlusten. Nur dann ergibt das Ganze überhaupt Sinn. Denn dass sie damit gewaltige russische Truppen binden, scheint ziemlich unwahrscheinlich zu sein. Wir können also davon ausgehen, dass die Nachrichten stimmen, die wir von dort gehört haben, dass russische Angriffe sehr schnell mit Artillerie und mit FPV-Drohnen angegriffen werden und dabei Verluste erleiden. Und die logische Reaktion darauf ist natürlich, dass die Russen anschließend mit kleineren Gruppen angreifen. Wenn nun auf beiden Seiten kleine Trupps unterwegs sind in einem relativ großen Gebiet, dann deutet es zunehmend darauf hin, dass eben nur noch Stoßtrupps unterwegs sind. Und eben die Deep State Map hier völlig richtig liegt, dass sie dieses Gebiet nicht grün einfärbt, weil es eben nicht befreit ist. Es ist nicht fest unter ukrainischer Kontrolle, sondern wir können das wahrscheinlich eher als Operationsgebiet der Ukrainer verstehen. Und dann erklärt es auch, warum in diesem Gebiet es immer wieder mal Geolokalisierung von Russen gibt, gleichzeitig aber drei Tage später eine Geolokalisierung auftrauchen kann, die die Ukrainer deutlich hinter der Position zeigt, wo vorher die Russen waren. Also entweder würden dort erhebliche Kämpfe am Boden stattfinden, die ständig Position verlieren und zurückgewinnen, oder aber das sind kleine Trupps, die einfach unterwegs sind und sich danach wieder zurückziehen. Und das scheint mir persönlich wahrscheinlicher zu sein angesichts der Umstände. Für die Ukrainer ergibt es keinen Sinn, da riesig Truppen hinzuschieben, wenn sie keine ernsthafte Aussicht haben, von diesem Brückenkopf auszubrechen. Und von russischer Seite ergibt es keinen Sinn, den mit Gewalt einzudrücken durch überlegene Kräfte, wenn sie dabei schwerste Verluste erleiden. Also schicken sie kleine Trupps, denn ignorieren können sie ihn natürlich nicht. Wenn sie ihn ignorieren, dann wird er vielleicht doch irgendwann gefährlich. Das wäre zumindest für mich die Erklärung, wieso wir immer wieder Positionen hinter den vermeintlich ukrainischen Positionen sehen. Wie gesagt, das ist mein Erklärungsansatz, der muss natürlich auch nicht abschließend völlig stimmen. Kommen wir zu der Gesamtlage und dort geht der Fokus natürlich vor allem hier auf Kharkiv, wo die Russen in wenigen Tagen mehr Fläche erobert haben, als sie in Wochen zuvor an anderen Stellen erobern konnten. Teilweise wird bereits von 100 Quadratkilometern gesprochen, die hier in russische Hände gefallen seien. Und hier haben wir eine sehr bedenkliche Aussage von Denis Jaroslavl. Der ist ein Offizier der ukrainischen Streitkräfte und dient in der 57. Brigade. Und der sagt hier, dass es keine Stellung an der Grenze gegeben habe, noch nicht einmal Minenfelder und die ukrainischen Soldaten seien gerannt, die überhaupt da waren. Die Russen seien einfach über die Grenze marschiert. An der Stelle können wir auch auf Maschowetz wieder eingehen, den ukrainischen Oberst, den ich hier ja öfter zitiere. Und der sagt, die Russen haben die Einheiten vor ihrem vollen Aufmarsch ins Gefecht geschickt. Wir haben immer wieder darüber gesprochen, dass die Russen einen Aufmarsch dort betreiben. Die Ukrainer haben gesagt, sie fürchten, dass Kharkiv angegriffen wird. Und der GUR hat gesagt, die Russen brauchen 50.000 bis 70.000 Mann für eine Offensive dort. Im Ganzen seien aber erst 35.000 dort. Gleichzeitig hat der GUR gesagt, sie erwarten einen Angriff Ende Mai, Anfang Juni. Und wenn Sie auf den Kalender schauen, sind wir noch nicht einmal Mitte Mai. Das heißt, der Angriff ist deutlich früher erfolgt als erwartet. Das dürfte den Russen einen Überraschungsmoment ermöglicht haben, weil die Ukraine noch keinen Angriff erwartet hat. Und das dürfte mit einer der Gründe für den ersten Erfolg gewesen sein. Gleichzeitig ist es natürlich so, dass die Russen den Angriff noch, den Aufmarsch noch fortsetzen können und erhebliche Reserven zu einem späteren Zeitpunkt noch ins Gefecht bringen können. Denn laut ukrainischen Beobachtern sind wohl erst so um die 3.000 Soldaten der Russen hier in dieses Gebiet eingedrungen. Das heißt, die Zahl der Russen ist noch ein gutes Stück von dem entfernt, was sie bringen können. Und wir müssen klar sagen, 3.000 Soldaten reicht nicht im Ansatz, um Kharkiv ernsthaft zu bedrohen. Dazu sind sie noch völlig unzureichend vorhanden. Die Russen können, wie gesagt, noch Reserven heranführen und das ändern. Also noch genügend Truppen mobilisieren, dass sie Kharkiv vielleicht doch bedrohen können. Aber zum aktuellen Zeitpunkt ist dies schlicht nicht ausreichend. Dazu sehen wir, dass der beste Weg, um Kharkiv zu bedrohen, hier entlang der Hauptstraße, die natürlich die Logistik erleichtern würde, dort gab es noch überhaupt keine Angriffe. Und das ist, das zeigt gleichzeitig, dass bis dort angegriffen wird, bis die Russen hier die Grenze überqueren, was natürlich in den nächsten 24 Stunden der Fall sein kann, sind die Ukrainer auch noch nicht vom Begeroth abgedrängt. Denn einer der Gründe, der genannt wurde, der Angriffe ist, damit die Ukrainer Begeroth nicht mehr beschießen können. Nun, das können sie von dem Gebiet her weiterhin bequem tun. Dazu brauchten sie nicht zwingend dieses Gebiet. Auch von hier haben sie noch Reichweite bis nach Begeroth. Das heißt, während sich noch vieles ändern kann, zum Beispiel ist es durchaus möglich, dass es noch Überquerungen beispielsweise auch hier in Sumi geben wird. Und natürlich können die Russen auch noch hier angreifen. Zum jetzigen Zeitpunkt scheint es vor allem zwei Ziele zu geben mit dieser Offensive. Das erste ist das Binden ukrainischer Kräfte und das ist erfolgreich. Wir sehen bereits massive Verstärkung der Ukrainer, die dorthin verlegt werden. Es sind frische Bilder aufgetaucht aus Wurzschansk, wo wir CV90 sehen, der ukrainischen Streitkräfte, die frisch dorthin verlegt sind, um die Stadt zu verteidigen. Also Binden der ukrainischen Streitkräfte, das Ziel ist definitiv den Russen bereits gelungen. Und gleichzeitig dürfte eine weitere Absicht sein, dass sie Kharkiv in die Reichweite ihrer Artilleriegeschütze bringt. Sie konnten Kharkiv vorher schon beschießen mit Gleitbomben, mit S-300 Bodenluftraketen, die im Boden-Bodeneinsatz eingesetzt werden, mit weitreichenden Mehrfachraketenwerfern. Aber die billige, einfache Artillerie war außer Reichweite und das dürfte ein Ziel sein. Dafür müssen die Russen nochmal um etwa 10 Kilometer vorrücken. Dann können sie Kharkiv selbst wieder mit ihrer normalen Artillerie bombardieren. Dass es aber nicht nur darum geht, hier ein bisschen vorzurücken, das liegt zumindest nahe. Denn wenn wir nach östlich davon schauen, ist Wurzschansk ein gutes Stück davon entfernt. Und hier sehen wir auch, dass der Angriff zu beiden Seiten des Siverski-Donetsk erfolgt. Das heißt, hier hält sich die russische Seite zumindest offen, dass sie den Einbruch hier über die Grenze erheblich ausweitet, weil sie auf diese Seite eben auf diese Art und Weise sicherstellt, dass sie nicht auf einer Seite des Siverski-Donetsk festhängt und eine komplizierte Flussüberquerung machen muss. Sie kann hier einfach auf beiden Fronten herunterrücken und natürlich von dort aus dann auch irgendwann danach streben, Kupiansk zu bedrohen. Irgendwas in dieser Art ist zumindest theoretisch zu einem späteren Zeitpunkt möglich. Dass die Russen dort ihre Position verbessern wollen, können wir auch sehen, indem sie gerade jetzt zum Beispiel eine Brücke zerstört haben. Hier sehen wir das Video und das ist hierhin geolokalisiert worden. Das ist eine Brücke über den Siverski-Donetsk und das ist hier unten, das heißt, ein gutes Stück von der Grenze entfernt. Aber das versorgt natürlich dafür, dass Verlegungen von Truppen von Ost nach West und West nach Ost nicht mehr möglich sind. Das heißt, Verstärkung von Wovchansk muss Umwege fahren und damit wird die Verteidigung der Stadt selbst schwieriger, der Kleinstadt an diesem Punkt. Um zu Denis Jaroslavl zurückzukommen, wenn er davon spricht, dass es praktisch keine Verteidigungslinien gäbe und das Ganze seit zwei Jahren man sich darauf hätte vorbereiten können, dann wird es gerade sehr weit herum verbreitet. Im Ganzen natürlich in dem Zusammenhang mit Korruption, dass die Ukrainer hier das Geld, das dafür vorgesehen worden sei, dass das Leute in ihre Tasche gesteckt hätten. Das wird nicht nur in pro-russischen Kreisen, sondern auch vereinzelt in pro-ukrainischen Kreisen herumgereicht. Da müssen wir jetzt eigentlich schauen, wie weit das stimmt und da wollen wir zumindest mal versuchen, uns anzunähern. Hier gibt es jetzt von Intel Schizo, die hat hier eine schöne Karte, wo weitere Befestigungen der Ukrainer zeigen sollen und demnach sind die stärkeren Befestigungen noch ein gutes Stück weiter südlich. Jetzt müssen wir natürlich so sagen, die Ukrainer hatten mehr Zeit zur Befestigung des Gebietes, als es die Russen hatten im Süden und die Russen haben die Surowikin-Linie gebaut und bislang sehen wir nichts, was auch nur im Ansatz einer Surowikin-Linie entspricht. Gerade dazu kommen natürlich auch die Beschwerden, dass noch nicht einmal Minenfelder angelegt worden seien. Also das Ganze ist ein Stück weit problematisch. Jetzt müssen wir aber ein Stück weit fair sein. Die Ukraine hatte im Süden nicht genügend Artillerie-Munition, um zu stören, die um effektiv den Bau von Befestigungsanlagen zu verhindern. Ich habe Ihnen vor zwei Jahren immer wieder mal gezeigt, wenn es dort Angriffe gab, auch mit Drohnen und mit Artillerie, auf schweres Gerät, was Befestigungen gebaut hat. Aber das waren eben einzelne Videos. Die Russen waren trotzdem in der Lage, hier Befestigungen zu bauen, auch teilweise nur vier, fünf Kilometer von der Front entfernt. Und selbst in Frontnähe wurden größere Stellungen von den Russen gebaut. Die Ukraine hatten im gleichen Maße nicht die Menge an Artillerie, um die Russen hier zu stoppen, während die Russen hier nicht nur die Möglichkeit hatten, sondern eben wieder davon profitieren, dass die Ukraine es sich politisch nicht leisten kann, in Russland einzufallen, um beispielsweise russische Artillerie-Positionen zu zerstören. Und sie dürfen weiterhin nicht westliche Waffen in Russland einsetzen, von den Briten möglicherweise jetzt ganz frisch abgesehen. Ein Aufmarsch hier mit großen Kräften, der außerhalb der Reichweite ihrer eigenen Mittel ist, kann also nicht angegriffen werden. Obwohl man Attack-Ams hätte, sogar mit Streumunition, die perfekt wäre, um einen feindlichen Aufmarsch zu zerschlagen, konnte die Ukraine es nicht tun. Brücken hier über Flüsse konnten nicht zerstört werden, weil die westlichen Waffen, die dafür geeignet werden, nicht eingesetzt werden dürfen. Das alles dürfte der Ukraine natürlich sehr in der Vorbereitung geschadet haben. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, die Ukraine hat natürlich auch eine riesige Grenze zu verteidigen. Die Russen wussten, dass die große Gefahr hier im Süden besteht, vor allem mehr oder weniger auf dieser Linie. Trotzdem haben sie auch hier Befestigungen gebaut und sogar auch in Russland. Aber der Fokus konnte darauf gelegt werden, wo die größte Gefahr ist. Die Ukrainer müssen theoretisch entlang der gesamten Grenze verteidigen. Andererseits haben die Russen über Monate angekündigt, dass sie eine Pufferzone errichten müssen und errichten werden, um die Ukrainer von den russischen Städten, vor allem von Belgorod, wegzudrücken. Das heißt, der Angriff hier hätte erwartet werden müssen. Die Russen haben ihn praktisch angekündigt und die Vorbereitung ist trotzdem nicht erfolgt. In einem Maße, die wir bereits sehen würden. Aber hier erneut, wir müssen fair sein. Wir müssen abwarten, wo die Russen gestoppt werden. Wenn diese Befestigung hier im Süden, ich habe noch keine ausreichenden Bilder gesehen und Dennis Jaroslavl ist informiert und ein Soldat vor Ort. Aber der sieht auch nicht alles und der weiß auch nicht alles. Also es kann durchaus sein, dass es noch bessere Befestigung dahinter gibt. Bevor wir uns ein abschließendes Urteil erlauben können, müssen wir erst mal schauen, wo die Russen gestoppt werden. Wenn die natürlich in der Woche am Stadtrand von Kharkiv stehen, dann ist eine ganz andere Geschichte, als wenn der Vormarsch jetzt noch zwei Kilometer weitergeht und dann werden die Russen gestoppt. Von daher werden wir das nur in der Zukunft betrachten können, in kommenden Lageberichten, wie weit es weiterging. Zum jetzigen Zeitpunkt sind viele Fragen da, aber und ich habe mich in der Vergangenheit ja auch sehr kritisch geäußert zu den ukrainischen Befestigungsarbeiten oder beziehungsweise deren Ausbleiben und zur ukrainischen Führung habe ich mich auch nicht zurückgehalten, wenn Kritik angemessen war. Zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch nicht den vollen Umfang an Informationen, um hier schon vollmundig urteilen zu können, dass dies eine völlige Katastrophe war und das Geld tatsächlich in Massen gestohlen wurde. Wir werden uns anschauen müssen, wo die Russen gestoppt werden und was wir dann an Bild belegen haben. Ich habe etwas Skepsis und etwas Sorge, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es wahrscheinlich noch zu früh, um ein abschließendes Urteil zu machen, um es mich noch mal zu wiederholen. Wichtig wird sein, wo die Russen gestoppt werden und natürlich auch, ob sie gestoppt werden. Und dann müssen wir natürlich auch sagen, grundsätzlich war zu erwarten, dass die Russen vorrücken. Ich habe das in der Vergangenheit bei allen anstehenden Offensiven gesagt, dass es in der Regel so ist, dass der Angreifer zunächst einmal etwas an Territorium gewinnt. Denn der Angreifer hat die Wahl des Ortes, er hat die Wahl des Zeitpunktes und damit kann er seine Artillerie und seine Kräfte konzentrieren, während der Verteidiger theoretisch überall verteidigen muss. Und das ermöglicht dem Angreifer, durch das Überraschungsmoment und die Konzentration der eigenen Kräfte in der Regel die Frontstellung des Gegners erst einmal zu erreichen und eventuell auch zu durchbrechen. Und dann ist eben die Frage, ab wann nach wie schneller Zeit wird er gestoppt? Die Ukraine kann ihrerseits unmöglich alles in der vordersten Linie konzentrieren. Dazu ist sie einfach nicht in der Lage. Denn wenn sie direkt an der Grenze Stellungen baut, die schwer genug sind, muss sie erst mal das schwere Gerät dafür haben und dann muss sie die mit einer entsprechenden Personal bestücken, während sie voll beschossen werden kann, die gesamte Zeit aus Russland, während die Russen sehen, was gebaut wird und das unter Feuer nehmen können. Das heißt, sie würden schwere Verluste erleiden. Sinnvoller ist es, viel, viel sinnvoller ist es, sozusagen ein paar kleinere Trupps entlang der Grenze zu haben, die dem Feind etwas verzögern, etwas mehr Zeit erlauben, aber bei denen man einkalkuliert, dass sie bei ersten ernsten Angriffen verloren gehen, um sich dann zurückzuziehen und auf besseren Verteidigungslinien weiter im rückwärtigen Raum den Feind dann dauerhafter zu stoppen. Dementsprechend wenig überraschen. Wir müssen es beobachten, wie es weitergeht. Wie gesagt, die Ukraine, es war unrealistisch zu hoffen, dass die Ukraine sie an der Grenze stoppen könnte. Das heißt aber nicht, dass nicht Fehler gemacht wurden. Wir werden dranbleiben und wenn sie es nicht verpassen wollen, will ich sie an der Stelle einfach mal einladen, den Kanal zu abonnieren, damit sie es künftige Videos wie dieses nicht verpassen. Dann kommen wir natürlich zur großen anderen Nachricht, und zwar geht es hier um Shoigu. Shoigu, der bisherige Verteidigungsminister der Russen, wird ersetzt durch Andrei Belusov. Shoigu wird Chef des Sicherheitsrates an der Stelle von Nikolai Patrushev. Patrushev wird einen anderen Posten bekommen, hieß es aber zum Abschluss meiner Recherche, ist noch nicht bekannt, habe ich nicht mitbekommen, was dieser neue Job sein wird. Und Gerasimov, die andere wichtige Person, bleibt zumindest vorerst Generalstabschef. Jetzt ist die Frage, wer ist Andrei Belusov? Und da haben wir hier eine von vielen informierten Stimmen, die sagen, Belusov ist nicht nur Ökonom mit ausgiebiger Erfahrung, auch in Regierungsposten, zum Beispiel als stellvertretender Ministerpräsident, sondern er ist vor allem auch ein grundsätzlich kompetenter Technokrat, der für eine größere Rolle des Staates in der Wirtschaft eintritt und eben als grundsätzlich kompetent gilt. Seit Kriegsbeginn war er bereits in Projekten der Rüstungsindustrie involviert und hat dort auch sichtbare Erfolge vorzuweisen, zum Beispiel bei der russischen Drohnenproduktion. Das heißt, wir können davon ausgehen, dass Putin bewusst jemanden gewählt hat, von dem er Ergebnisse erwarten kann. Es ist damit zu rechnen, dass er den Posten erhält, um die Logistik zu verbessern und die Produktion von Rüstungsgütern und das eben die Produktion mit der Wirtschaft abzustimmen. Da er ausgebildeter Ökonom ist, sollte er grundsätzliche Zusammenhänge natürlich verstehen, denn Russlands Wirtschaft hatte bislang das Problem, dass die Rüstungsindustrie zwar immer mehr bezahlen muss, aber gleichzeitig mit den Anwerbern des Militärs konkurriert. Und das ist ein gewisses Problem für die russische heimische Wirtschaft. Dort können wir eventuell erwarten, dass von ihm eine Veränderung kommt. Im Prinzipiell ein hochkorrupter Scheugu, der allerdings politisch kompetent war und loyal war, wurde jetzt entfernt. Scheugu ist ja Tuwana, also kein ethnischer Russe und er ist damit eine Seltenheit in der Führung des russischen Staates, hat sich aber trotzdem über ein Jahrzehnt an der politischen Spitze gehalten, was dafür spricht, dass er politisch, was Vernetzung angeht und die politischen Fertigkeiten angeht, hochkompetent ist. Aber im Militär hat er eine durchwachsene Geschichte hinterlassen. Es gibt Kommentatoren aus dem Westen, die sagen, dass die Scheugu ein Glücksfall der Ukraine war, weil durch seine Korruption die Mittel, die das russische Militär vehement und erheblich hätten stärken können, zu guten Teilen eben gestohlen wurden. Also das russische Militär hätte dramatisch gefährlicher sein können, als es so schon war. Belusov wird die Korruption natürlich nicht ausschmerzen können, das erklärt sich von selber. Er wird versuchen, sie etwas zu verringern. Das liest sich auch bei russischen Milbloggern, dass sie das erwarten. Wahrscheinlich ist davon auszugehen, dass er die Beschaffung verbessern wird, denn das hat er drauf. Das hat er bereits bewiesen, dass er es kann. Das wird ihm zugerechnet und das dürfte natürlich eine schlechte Nachricht sein, denn ein inkompetenter und korrupter Verteidigungsminister wird durch einen vermutlich erheblich effektiveren ersetzt und das ist eine schlechte Nachricht für die Ukraine. Gleichzeitig bedeutet es, dass sich Russland auf einen langen Krieg vorbereitet, denn Veränderungen in der Rüstungsindustrie, die haben keine Auswirkungen nach drei Wochen, die haben eher Auswirkungen nach drei Jahren und so sehen wir, dass Russland sich auf einen langen Krieg vorbereitet und da muss man klar sagen, der muss nicht nur gegen die Ukraine gehen, der die Kriegsvorbereitung und vor allem das dann gestärkte Militär muss keineswegs ausschließlich gegen die Ukraine eingesetzt werden. Das kann also auch eine deutliche Warnung als deutliche Warnung an den Westen verstanden werden. An der Stelle nochmal mein Dankeschön an den Sponsor des heutigen Videos, Holy Energy, die eben Partner des Kanals sind. Vergessen Sie nicht, Heinrich5 zu benutzen für 5% als Erstkunde und Heinrich als Bestandskunde für die 10%. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Das hilft wirklich mit dem Algorithmus und hinterlassen Sie einen Kommentar, was Sie davon halten, wenn von der jetzigen Entwicklung sowohl das Scheugur ersetzt wurde, glauben Sie, dass das signifikante Auswirkungen haben wird und wie sehen Sie die Situation im Norden von Kharkiv? Wo sind da die Probleme? Wo kommt es her, dass die Befestigungen in der jetzigen Position sind? Fühlen Sie sich eingeladen, den Kommentar zu hinterlassen. Wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie ebenfalls einladen, und zwar den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Am kommenden Mittwoch gibt es den nächsten Livestream um 20 Uhr deutscher Zeit, wo wir Lagebericht durchgehen werden, aber dann auch wieder Frage-Antwort-Runde, wo es natürlich schön wäre, wenn Sie dabei wären. An der Stelle noch, wenn Sie den Kanal unterstützen möchten, können Sie es über die Mittel in der Beschreibung. Mein herzliches Dankeschön an alle, die es bereits tun. Aber das war es soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle auch noch mein Dankeschön an die Unterstützer über YouTube-Mitgliedschaften, wie auch auf Patreon. Im Besonderen gilt mein Dankeschön den Patreon-Leutnanten Steffen, Badass-Lawyer, Andreas Donath, Dr. Knut Brandes und Dekunjo. Vielen lieben Dank. Ohne Sie wäre das so nicht möglich.